Heute zeige ich euch mein Lieblingsprodukt, um der Holzkohlegrill oder Schmini anzünden. Der Power Sticks von der Framan. FSC Holz gezogen durch Kerzenwachs und zwar bevor er aufgerollt wird, damit er nachher wunderbar entzündbar ist, weil er bis innen angefeuchtet ist. Dieses Produkt drücke ich zuerst etwas auseinander, damit die Luft dazukommt und Pentonis anzünden und auf die Holzkohle legen.